recht herzlich willkommen zur 100 183 folge von den leuten von towns ja haben wir es ja gehen wir mal wieder nach oben wo ist denn oben jetzt ja da ist oben ok ja mauer bau also jetzt nicht im osten sondern hier im spiel kommt zustande da fehlt einer das wird natürlich schwierig den jetzt rein zu kriegen wahrscheinlich jetzt haben die den oberen erst gebaut und dann den und dran wird wohl nicht gehen oder so gehe ich mal von außen müssen wir gucken ob das klappt oder nicht nächste frage ist ob die dadurch gehen können da sieht man jetzt auch nicht unbedingt das blaue ist das blaue zu sehen ich glaube nicht da kommen auf jeden fall noch steine aber die waren woanders ok sieben sind gefragt oder er achte warte mal gerade noch bis das hier fertig ist da oben kommt wieder einer ok der hat das ex stück gelegt wir haben aber schon was zum untergehen da irgendwo wird schon mal sein kommt noch ein stein und da ist fertig da ist auch fertig vier oben einer unten ich gehe davon aus dass er ohne nicht funktionieren wird ok das ist der hinterste stein oder noch nicht das ist nicht der hinterste stein das das war der vorletzte jetzt steht es 3 zu 1 da kommt noch einer ok zwei oben eine unten und wird das was ich glaube nicht aber wir werden es gleich sehen zwei leute mit steinen muss ich jetzt auf jeden fall noch sehen einer kommt schon für unten also für oben aber unten am bildschirm ist erledigt so jetzt nur ein stein trägert wird da in der mitte und wahrscheinlich keiner für rechts dann da oben ok da kommt einer oben lang aber nicht der tatsächlich das loch da unten gestopft hätte ich jetzt nicht gedacht gut dann ist das erledigt dann können wir da ruhig noch mal gerade das aufrufen und basteln hier zu ende bis dahin würde ich erst mal sagen ach so wir sind noch dran jetzt ist weg gut dann haben wir da noch was zu tun ach so treppenhaus mäßig wie war denn das fertig naja das war fertig oder ja da müssen wir gucken was wir da machen mit dem dach aber das soll jetzt nicht erst das wichtige sein jetzt kommen wir gerade nach unten ich glaube nicht dass hier was passiert ist na ja da ist es nein hier sind keine neuen gekommen in unserem riesenfriedhof hier ist alles gut oder eisen haben wir da genug so dann ist die frage wie gehen wir hier weiter vor also hier ist bestimmt irgendwo noch ein leerer raum drinnen oder so ach und hier ist noch ganz viel sogar ja dann wollen wir doch erstmal weiter oder da und hier auch noch und da machen wir auch noch was hier ist auch nicht verkehrt wollen wir noch ein schau mal da weiter und hier haben wir auch schon mal was gemacht immer da weiter vor oder da kommen auch schon welche da sind die neuen durchlaufen dann nehmen wir den namen gerade noch weg ok kommt aber schon wieder einer ja die gehen wieder zurück sehr interessant da ist ein held und hier aber das hat nichts gebraucht also hat schon was gebracht naja war für uns war das jetzt nix da geht es mal weiter da machen wir mal durchgang glaube ich ist besser wie sieht das da oben aus nix passiert wo waren die jetzt hier unten ja da ist aber noch raus gewählt dann wäre vielleicht mal das war falsche taste noch hier unten weiter gucken sollten ok hier ist schon was passiert die drei noch weg da kommt auch jemand das ist weg das muss da oben dann gearbeitet worden sein oh hier gibt es wohl räume alles klar dann können wir die weiter entdecken da kommt doch schon hält der da rein geht cool zwei sogar dann bauen wir da noch weitere räume frei ok und hier ist auch ein durchgang ja dann schauen wir erstmal was die da weiter entdecken legen erstmal nichts weiter frei nur gucken was hier so hinter ist also das lassen wir jetzt hier laufen ok ja da sind auch ein paar die was abbauen da kommt noch einer der baut aber da oben ab der ist dann erst erledigt ok da ist auch ein durchgang da oben ist ein großer kampf läuft also beiden haben wir schon mal erledigt hier wurde auch schon mehr entdeckt der hält läuft schon ein stück vor noch aber jetzt hat er wohl irgendwie Hunger oder sowas da ist einer von unseren Soldaten der macht aber gerade nix außer dumm rumstehen aha jetzt geht es hier weiter jetzt wird es gerade Tag und die Helden sind relativ gut schlagen sich da sehr gut durch jetzt haben wir schon eine Verbindung geschaffen von da oben nach da unten hier ist noch ein Raum ja da sehen sie noch ein bisschen mehr da wird sich auch noch geklopft oder geklopft da hat schon einer was geholt da muss man aufpassen dass die Träger hier nicht kaputt gehen ok die beiden Helden stoßen immer weiter vor ja nochmal bitte helfen genau das ist eine gute Idee gewesen ja und er weiß nicht wo er hingehen soll geht jetzt aber hoch da kommt ein anderer Held der dann die Ecke da gerade entdeckt da könnte ich hier mal was freimachen ah da ist noch einer da rumgelaufen äh den da den müsste mal einer nehmen oder so ok hier ist nichts zu entdecken hier geht es gleich noch weiter wo ist denn da einer am kämpfen wahrscheinlich oben dann ne ah könnte sein also da ist auch noch was freigelegt worden hier unten ist zu also wenn du was suchst hier ist was ne ok da hat er einen Kampf aufgenommen gut der läuft jetzt zurück jetzt wäre schön zu wissen wo na das muss hier gewesen sein naja ok da ist noch ein Weg rein er guckt auch hier noch hin und erwischt da auch noch ein kaputt und der geht jetzt wieder hoch ne oder weiß man nicht na jetzt geht er hoch hier unten muss irgendwo einer sein da ja da war einer der entdeckt gerade neu ok der ist schon müde und läuft hier unten rum oder die weiß ich nicht wer das ist aha das ist ein Held ne das war ein Bergmann super was der jetzt hier unten rumläuft weiß du auch nicht ne die zwei machen wir jetzt fertig hier oder ok ok der hat einen freund sehr interessant hm das ist bestimmt gut für die moral oder so ne ok da kommt einer sieht jetzt nie nach dem Held aus ne das ist auch wieder ein Bergmann der räumt hier unten Klamotten weg super oder solche Leute brauchen wir die hier aufräumen dann ist alles gut ja wo geht es weiter hier nicht mal gucken da sind noch drei Sachen die man aufheben kann ja da ist ein Held noch am hochlaufen geht er in die richtige Richtung ist die Frage da deckt er was auf zweiter kommt auch ah ja der geht da rein da kann er auch jemand gleich in Empfang nehmen sehr schön ja da war es zu spät der Raum dahinter ist noch aber da geht er nicht hin ne keine Wegfindung da kommt der nächste und der geht dahin und jetzt muss nur noch die Ecke hier hinten geguckt werden da kommt ein Händler rein den lassen wir aber erstmal weiter laufen ja wenn ich hier noch reinguckt wäre super ne jo dann ist das auch erledigt da geht es dann wahrscheinlich nie weiter so der geht wieder zurück läuft ne sucht die Treppe nach oben wahrscheinlich oder ja nicht unbedingt ich glaube na jetzt geht er zurück der Ballon Held ja ist aber hier nix groß kommt mir so vor als ob die von oben runter laufen und dann hier unten Hunger kriegen und wieder zurück gehen ohne dass wir was entdecken ne das ist ein bisschen doof ne hm mal gucken der pennt jetzt da unterwegs oder was ach der Händler ist da das ist das Problem hm Milch Flora Fleisch Eier der will auch Lebensmittel haben ne hm hm was nebenbei ist die gute frage ne ne ja noch erstmal halten ja ja machen wir so oder was können wir weg geben wenn mal Radieschen dann kriegen wir von ihm Geld ne ja komm zack machen wir und ist gut und weiter geht die Tour wo geht er jetzt hin hier sehr gut aber da ist noch einer dran da sogar in der Ecke hab ich da jetzt nicht mit gerechnet hier geht's noch weiter aber da ist dann Sabbat oder ja aber hier können wir noch weiter entdecken der geht hoch der geht auch hoch oder die hauen alle wieder ab hier oben ist noch jemand der hat sich gerade eine neue Ecke angeguckt und bleibt da aber stehen einmal bitte da um die Ecke genau super da ist nichts mehr zu sehen der geht nach ganz oben und holt da aber eine Kugel weg und er ist jetzt müde und geht wieder zurück super oder aber der steht da noch kommt noch ein Träger glaube ich der holt die andere Kugel da weg ja so dann guckt er nochmal nach was da so los ist eine Spinne haben wir noch da in der Ecke ist noch einer gut ja da ist nichts mehr dann das passt schon mal also muss hier unten noch irgendwo jetzt einer angegriffen sein ah ja da der hält räumt da auf ohne Spinne ja das ist es dann auch da wohl jetzt geht er wieder hoch da oben ist neuer hält der geht in die Richtung hat schon jemand gefunden zum kämpfen und wie weit gehen wir da vor neuer hält neues Glück da ist es aber zu ja da passiert nichts mehr äh ja der hat alles entdeckt da vorne ist noch ein kleines Eckchen wo was geht zwei Stellen hier oder so na nicht gut er kämpft da jetzt ja okay der hat jetzt zwei da und er haut ab zieht die damit raus wahrscheinlich aber da ist schon der nächste Held unterwegs gleicher Typ und der macht die da mal grad fertig denke ich ja hat er geschafft deckt hier noch was auf super und jetzt wird er gleich zurück gehen ja ohne er greift er noch ein an irgendeinen Höhlenhund hier dire wolf aber auch fertig oh dann noch ein bisschen aufdecken ja gut jetzt geht er aber zurück okay und ich würde sagen wir sind in dieser Runde dann auch erstmal fertig ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss